Nein! Hätte ich erst mal drüber nachdenken sollen, ne? Mann! Drecksspiel, ey! Hab ich nicht gespeichert! Ah! Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem Zeitkanal Herr Ruter. Ich bin Bios Ruter für den Kanal von Herr Ruter und wir sind heute hier für eine special neue Episode von also ich meine die erste Episode von Showdown Bandit. Einem Spiel, was es nicht mehr auf dem Team zu kaufen gibt. Beim letzten Mal bin ich sowieso nicht so weit gekommen. Deswegen overwrite ich das jetzt einfach mal. Es ist ein Spiel, aber das werdet ihr gleich auch schon sehen. Es ist ein ganz komisches Spielkonzept, aber es ist auch ganz interessant, finde ich, persönlich. Ich glaube, das Spiel im Verhältnis ist zu leise. Oh, there. Are we feeling shy? You don't need to hide from me. Horrible. Warte mal. Ich muss ein bisschen, ja, ich muss ein bisschen aufräumen hier in meinen Einstellungen. Ich habe richtig viel verschissen. Oh, mein Lieber. Sicher ist mein Name Lorelai Undertaker. Ich habe dich nicht zurückgezogen, aber wenn du hier bist, dann muss es sein, was er will. The show must go on. Ich freue mich drauf. Aber warum ist das nicht mehr verfügbar? Ist irgendwie Copyright da drin oder sowas? Naja, egal. Darf man doch wohl trotzdem spielen, meine Fresse. Aber ich denke, was ist das? Seht ihr das auch? Ich denke, dass es so flickern im Bild ist oder sowas. Hä? Was ist denn das jetzt auf einmal? Leute, I'm sure guess. Höchsteinstieg. Sieh mal das. Das geht doch wesentlich weiter. So. Back. Resume. Und haben wir den Fehler noch? Ich glaube, ich habe den Fehler behoben. Ich bin Technik Genie 12.000. Ich bin Technik Genie 12.000. Maximo. Lalalalalalalala. Geld. Moneten. Münzen. Scheine. Geld. Benji Ewald. Macht er eigentlich noch irgendwas? Ich wünsche ihm für seine Rap-Karriere sehr, sehr viel Erfolg. Benji Ewald. Ich bin mal in Ruhe lassen. die nervt, die nervt mich jetzt schon, jetzt können wir mit der Kohlkpist würde schießen ich kann mir gar nicht vorstellen worauf ich schießen könnte It´s fine Mann! Wir kommen in den Nebel raus, Kino. Ja, da ist er. Ich hab das drauf. Streamer. Und im Twitch-Guide steht eigentlich man sollte nicht währenddessen irgendwas snacken. Aber die interessante Sache, die ich also machen wollte, ihr habt nämlich gehört, man kann bei seinem Stream-Info, kann man noch bestimmte Tags hinzufügen. Deutschland, Face, Cam, 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 Tags, was könnte ich denn noch in Tags schreiben? Kein Backseat-Gaming, keine Ahnung, ich mache einfach irgendeine Scheiße, denn Deutsch-Deutschland wächst kein Backseat-Gaming, irgendwie sowas, keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht kriege ich das, vielleicht noch nicht, vielleicht habe ich niemals irgendwie ein bisschen Erfolg in diesem Video, vielleicht aber auch noch, wenn das, wenn ja, bitte Scheiße, los. Walter Frosch, alter. Halt doch die Fresse. Wollen wir alle nur meinen Scheiß Faden abschneiden? Gearbeitet, alter. Leine ist echt. Aha. Interessant. Moin. Moment habe ich dir nochmal assoziiert. Komm mit Horst Lichter. Ey, es ist so traurig, jemand schiebt dir gerade Schneewatt. Jemand schiebt dir gerade wirklich Schnee, ich fass es nicht. Es hat nicht so dermaßen geschneit, es ist alles voll mit Schnee hier, alles, alles. Carlo. Gonzalis. So, das ist also meine Speicherstelle. Und das ist ja auch generell mein Safe Room. Und ich meine, hier irgendwo entsteht dann jetzt auch bald der Stream Repair Guy. So weit habe ich es in meinem Video nicht geschafft. Aber so weit habe ich es in meinem Dings geschafft. Wake. Wake the Stringless. Beware all the Stringless. So, wir müssen auch nach geschlossenen Türen Ausschau halten. Also alles, was Schnürer hat, kann mir helfen oder was? Was ist das hier für ein Raum? Hier war ich noch gar nicht. So, das war's. Howdy. Okay, I'm writing to complain about the closing of Penny's General Store. Since it disappeared, Forex have started eating old boxes of those tasteless crumby crisps. Ich weiß nicht, dass sie hier nicht was schmecken. I won't give...I will give...to the dead. Miss Undertaker. Geld. München, Scheine, Geld. Fernseher, kannst du noch irgendwas Besonderes? ich hab jetzt ein bisschen mehr von dir erwartet ich kann nicht reden alter ich bin hoffnungsunterfall da drin alter da ist ein verschlossener tür I wanted someone to bring the key to happy mine those nasty zittl-shritten sers went and hidden in the s-h hidden somewhere in the wild the mountain pass is closed until the key is found bankor Ach, das ist der Mountain Bar. Ach, das ist der Dinger. Zeigen wir an, wo ich hin muss. Okay. Ich muss... Das ist mein Raum hier? Okay, hier kann ich gar nichts machen. Aber der Sound da drin ist absolut chillig. So. Wir müssen anscheinend jetzt irgendeinen Key finden, um irgendwie da durchzukommen. Ich glaube, das ist dann das... Da ist das... Weil wir gerade in den Zettel gelesen haben. Interessant, interessant oder auch nicht interessant. Ist auch egal. Ich muss mir nur den Hebel umlegen und dann... Und dann können wir irgendwie in dieser komischen Pistole schießen. Und dann die Tür öffnen? Alter, wenn dieses Spiel irgendwann mal Sinn hält, so... Dumm, 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 dumm. Wird schon das hier gedrückt, so. Bam. Rein da. Irgendwie ein neues Territorium. Es kommt mir sofort, als wäre ich hier noch gar nicht. Ach, wir sind hier in der Wild. Ach, ab hier haben wir Gegner oder was? Okay. Stay alerted. Keep foe's patrol. Creepy foe's patrol. Creepy foe's patrol these parts. Best to stay out of sight. Hallo. Da ist noch ein richtig zugedageltes. warte mal ist dahinter noch was 170 dollar meine güte hallo chat erstmal ob hier ist gefährlich hier war doch das eine sowieso da oben hin deswegen ist das eigentlich probably fine don't look up ja wieder noch scheiße scheiße nein nein da hätte ich erst mal drüber nachdenken sollen man drecksspiel habe ich nicht gespeichert haben nicht gespeichert ist doch ein scheiße scheißspiel kann ich empfehlen naja banker jetzt mir noch mal sagen soll das speichern soll du idiot ey guck wir sind doch sogar noch vor dieser banker szene das scheißspieler ich verklage dieses entwicklerstudio übrigens dasselbe entwicklerstudio was auch wenn ihr ein ding machine gemacht hat das sind ich nie los EIN NIM SON Bandage weiß alles, Bandage, ein kompetentes Stück, Alter. Das Spiel ist viel zu kompliziert dafür, dass das so ist. Es ist ein dunkler Tag in Showdown Valley. Es ist auch ein Akku leer, ich kotze. Alter, der Akku glüht. Können wir irgendwas anderes spielen, irgendwas was Spaß macht? Meine Güte. Leute. Formel Mill. Leute. Ich bin schon wieder ausgelockt aus Epic Games, ich fass das nicht. Ich fass das nicht, das geht. Ich fse das nicht. Ich finde, ich fass das nicht einfach ausgelockt. Ich fass das nicht so ausgelockt. Ich fass das nicht so ausgelockt. Ich verneige das jetzt nicht so ausgelockt. Untertitelung des ZDF, 2020